Mein Name ist Nikola Schauer. Ich habe Biologie und Biochemie studiert und heute bin ich Geschäftsführer von Metabolomic Discoveries und leite diese Firma. Wir beschäftigen uns mit dem Stoffwechsel. Der Stoffwechsel ist für den Menschen extrem wichtig. Zum Beispiel dient der Stoffwechsel dazu, uns mit Energie zu versorgen, um unsere Zellen und unsere Gewebe aufzubauen. Wenn im Stoffwechsel etwas schief läuft, können Krankheiten entstehen. Ein Beispiel ist die Multiple Sklerose. Die Multiple Sklerose ist eine Krankheit, die bis jetzt noch sehr wenig verstanden ist. Eines der bekanntesten Merkmale ist die Muskelstörung, die darauf beruht, dass Entzündungsprozesse im Körper stattfinden und hier der Stoffwechsel auch eine wesentliche Rolle spielt. Mit unseren Analyseergebnissen versuchen wir neue und frühe Therapiemöglichkeiten zu finden und gleichzeitig neue Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Am Beispiel der Multiple Sklerose, wo es bis heute keinen einfachen Früherkennungstest gibt, versuchen wir mit unserer Technologie neue Substanzen und Marker zu finden, die dies ermöglichen. Die Gesamtheit dieser Stoffwechselmoleküle bezeichnen wir als Metabolom und die Herausforderung ist die Untersuchung aller dieser Substanzen. Der Vorteil unserer Technologieplattform ist, dass wir sehr viele Substanzen sehr genau messen können und gleichzeitig durch unsere bioinformatische Auswertung komplexe Zusammenhänge verstehen und identifizieren können und dies erfolgt dann dementsprechend auch sehr schnell. Unsere erste große Hürde war, dass unsere Kunden von uns erwartet haben, dass wir ein vollständig funktionierendes Labor zur Verfügung hatten und unsere Investoren haben erwartet, dass wir Kunden und bereits laufende Projekte haben. Wir haben den Teufelskreis durchbrochen, indem wir einen Kunden überzeugen konnten, mit uns zunächst mal ein kleines Projekt durchzuführen und dieses Projekt haben wir sehr erfolgreich durchgeführt und der Kunde war davon so begeistert, dass er immer wieder Aufträge an uns vergeben hat. Und so konnten wir zeigen, dass das nicht nur einmal Aufträge sind, sondern dass der Kunde immer wieder kommt. Potsdam Transfer hat uns dabei geholfen, unsere Gründungs-Idee weiter zu konkretisieren, Fördermittel zu finden für die erste Anfangsphase, aber auch darin Investoren anzusprechen bzw. geeignete Investoren zu finden. Gründen und Geschäftsführer zu sein, bedeutet für mich, meine eigenen Ideen zu verwirklichen und zu sehen, dass diese Ideen auch am Markt Erfolg haben. Bis zum nächsten Mal. Musik . . . . . . . .